Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich eine Isofix Base ausbauen und somit auch die Basisstation für unsere Babyschale richtig lösen und entfernen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier die verschiedensten Modelle, doch die Hersteller haben meist ein relativ ähnliches System und zuerst einmal sollten wir schauen, dass wir unseren Bügel vom Maxi-Cosi nach oben hin umklappen. Hierfür haben wir auf beiden Seiten in meinem Fall so einen grauen Knopf, den ich jetzt eindrücke und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon nach oben hin umklappen. Nun muss ich mal bei meiner Basisstation noch etwas genauer schauen, in meinem Fall können wir unten so einen grauen Knopf erkennen, den habe ich auf der anderen Seite auch und wenn ich jetzt diese zwei grauen Knöpfe eindrücke und gleichzeitig schaue, dass ich meinen Maxi-Cosi schon etwas nach oben hin abhebe, dann kann ich den auch schon ganz einfach runternehmen. Ab und zu kommt es übrigens auch vor, dass bei einer Basisstation hier vorne ein relativ großer Knopf zum Entriegeln ist. Als nächstes muss unser Standfuß richtig eingefahren werden. Hierfür haben wir bei meinem Modell auf der Rückseite so einen grauen Knopf, den drücke ich jetzt einfach einmal ein und kann gleichzeitig auch schon meinen Fuß unten sauber nach oben hin reindrücken und dann ist dieser nämlich auch schon fertig. Zum Schluss muss ich noch meine beiden ISOFIX-Halterungen lösen. Hierfür haben wir auf beiden Seiten identisch so ein graues Bauteil, dann kann ich jetzt mit einem Finger schon mal auf der rechten Seite dieses Teil nach vorne umklappen und mit meinem Daumen drücke ich dann gleichzeitig hier vorne diesen Knopf ein und die Halterung löst sich vorne schon. Ich kann sie ganz einfach nach hinten rausschieben und wenn ich es auf der anderen Seite auch gemacht habe, haben wir unsere ISOFIX Base auch schon richtig ausgebaut. Wenn du dir für zuhause eine neue ISOFIX Station oder auch eine Babyschale zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.